Und hallo YouTube, willkommen zurück am 14. Tag. 14. Tag, irgendwas ist doch heute. Ich glaub heute ist wirklich irgendwas. Ich weiß es nicht. Ach doch, Horde. Ja, ich freu mich schon drauf. Ich will meine Schrotze mal ein bisschen verbessern, da wir das Schrotzmuchen jetzt gelernt haben. Ja, schön. Dann schauen wir mal, was wir da so machen können. Bevor wir das machen, ich kann bestimmt auch noch 6 Punkte. Ach, Waffenschmied wollten wir ja noch. Feuerwaffenschmied, Waffenschmied. Ah, das können wir trotzdem verbessern. So, wir haben Schrotzenteiler. Wir haben den. Können den verbessern. Das ist schon mal gut. Super. Wir haben die. Und können die verbessern. Den müssten wir auch verbessern können. Und der muss leider so bleiben, weil das ist mein einziger. Aber. Ich meine, ist sie jetzt schon mal auf 142. Kann man mit leben. Anfangs. So, das kommt auch wieder raus. So, das kommt auch wieder raus. Ich habe mir eben meinen Bogen ein bisschen verbessert. Und jetzt wollen wir hier draußen noch den Rest machen. Ich habe jetzt in der Nacht gesehen, sieht man von hier vorne den Rest weggemacht. Und habe doch schon die Iron Bars hingestellt. Ich werde jetzt draußen noch den Rest machen. Habe ich das drauf? Oh. Ja, das war ein. Ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre schon baufähig gewesen. Passt. Tun wir da noch welche drauf. Weil wir so nett sind. Den Zombies ja nur Gutes wollen. Auf der Seite dann auch. Warum sind die schon kaputt? Okay. Ist da jemand drüber genommen? Und wir müssen immer noch einen Ausgang machen. Warum vergesse ich das so machen? Wir müssen eigentlich noch einen Ausgang machen. Erinnert mich doch mal. Ich bin doch so vergesslich. Machen wir gleich erstmal den Boden. Und, aua, das tat weh. Ja, sie funktionieren immer noch. Ich brauche einen neuen Ausgang. Sag ich doch. So. Die machen wir jetzt alle zu. Ach, die habe ich noch gar nicht aufgemacht hier, ne? Nur die vorderen. Ich will, ich will, ich will einen neuen Ausgang, ja? Ich muss einen neuen Ausgang haben. Ich glaube, ich brauche es da noch mehr. Oh. Schande. Den habe ich verfehlt. Und natürlich wieder keine Schaufel mit. Ich mache die vorderen wenigstens noch zu. Muss ich nochmal was anstellen. Ist aber okay. Es geht auch alles ohne Schaufel hier. Ich merke schon. Ach. Ich setze erstmal die Spikes an. Spikes. Die zweite Reihe hier noch. Ja, genau. Gut, dass ich glaube ich ein, zwei mehr gemacht habe, als ich wollte. Oh, ich setze mal da noch einen hin. So. Dann, äh, an die Zambi schon mal frohes Schatten. So. Ähm. Wie mache ich meinen Ausgang? Wie will ich meinen Ausgang machen? Wo will ich meinen Ausgang hin machen? Das ist die Frage. Ich glaube nach hier vorne. Die Horde? Hoa. Hoa. Du wirst durch. Du wirst durch. Können wir nebenbei noch welche ansetzen. Sind ja mal nicht so, wir wollen den Zombies ja doch nicht verwehren, dass die da vernünftig laufen können. Ja, zu spät, okay. Ähm. Wie machen wir da einen Ausgang? 0850 mit Treppe? 0850 mit Treppe ist aber auch langweilig. Oder? Äh, was haben wir denn? Rezepte. Ähm. Wir könnten... Könnten auch wieder eine Rampe machen. Das ist auch ganz cool. Rampe ist auch cool. Rampe ist auch cool. Nee, Rampe. Da. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche. Machen wir erstmal. Und dann machen wir... Ich hab irgendwo Reaver Frames. Ja. Nehmen wir die mit. Nochmal die Betonmischung. Die brauchen wir dann jetzt. Ich will die Tür ja bis dahin weg haben. Wie hoch müssen wir? 1, 2, 3, 4, 5, äh, 6 hoch. 6 hoch. Können wir eventuell auch doppelt machen. 2, 3, 4, 5, 6. Äh. Nein. ja 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 und ja so müsste es gehen ja passt wackelt hat luft eventuell machen was doppelt schauen wir aber dann über frames weg die darin die müssten wir dann noch mal aufhören und dann haben wir nämlich wo ist das hoch haben wir noch genug also ich kann sie auch doppelt machen noch zwei stück im moment setze noch eins hoch ist aber nicht wild ist das jetzt mein ein und ausgang ich glaube wir setzen ihn noch mal da nicht da fehlt auch noch weil ich genau weiß dass ich irgendwann zwischendurch zu blöd sein werde den einen zu treffen müssen wir es doppelt haben das muss aber reichen eigentlich ich hoffe der beton reicht shit die kommen weg da brauchen wir noch welche wie teuer war denn der zehn klar genau das fehlt wieder haben wir natürlich hier den aus und eingang da habe ich wieder nichts mehr drin und da habe ich auch nichts mehr zu machen und ich habe keine steine mehr und es sind wieder die steine die fehlen und hier muss ich auch noch okay ich brauche auf jeden fall noch beton das heißt ich brauche noch steine es braucht aber nicht mehr viel sein ich habe vergessen da oben die frames wegzunehmen aber das ist auch egal steine steine ich brauche steine ich brauche steine ne die ist leer ne der ist auch leer ich brauche ein paar steine hier hallo euch brauche ich euch habe ich gesucht ich brauche nicht mehr viel von euch nur noch ein bisschen nach der heute machen wir auf jeden fall die mine weiter dann brauche ich nicht immer irgendwo hin zum steine suchen kann ich das in der nacht machen und gut ist normalerweise bin ich so minen fokussiert aber also nicht im moment war ich gerade so ein bisschen dach fokussiert 500 und noch zwei irgendwo noch zwei steine zwei steine zwei steinchen da ist schon mal ein steinchen da ist ein zombie da ist ein zombie die sehen schön aus ähm so ein bisschen aussehen muss das ja da 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 ist noch einer komm mal du mich nicht auch noch so an ne das ist keiner ja komm her danke für den level aufstieg hatte ich hier nicht irgendwo einstehen lassen hat doch lüdi schon äh geschrieben gehabt dass der jetzt so alleine ist hier oben ne war der jetzt wirklich ganz alleine ne da ist noch so ein stück das ich nicht ganz weg gemacht habe ich weiß ich muss die natürlich alle immer ganz weg machen das geht ja nicht kann ich den ja nicht antun komm so ein bisschen ausdauer hast ja wohl hm und die jagd beginnt noch kann ich hier vorne rein wenn ich gleich beton habe nicht mehr so ähm du musst erstmal einschmerzen lüdi schließt sicher ne und oh ne das und das das ah den tun wir auch erstmal da rein mein Gott wen stürzt denn also haben wir noch ein bisschen Eisen gekriegt hier das ist ja auch ganz gut auch noch mal ein bisschen schmelzen muss ich gleich noch mal ein bisschen mehr rauslassen machen wir die schon weg wir hacken die schon mal an Lüdi Glückwunsch Lüdi Glückwunsch weiß das ist dann nicht ausgehärtet bis dahin aber so so ich brauche jetzt erstmal ganz kurz nur für die Tür noch und dann für den Rest da alles rauslassen das geht immermann durch schmerzt aber schnell ein so ich brauche das schon für die Tür ich glaube noch nicht ganz aber den untersten können wir dann schon mal setzen ich brauche nur 10 ok ich brauche doch nur 10 so mal ein bisschen was rauslassen naja da brauchen wir noch ein bisschen was für ähm gut der lässt raus der schmilzt ein hm jetzt muss ich meinen Ausgang schon mal nutzen was müssen wir als nächstes machen wir haben unten alles gesetzt wir haben da vorne alles gesetzt wir wollten da noch ein bisschen zu machen müssen wir die Dinger gleich holen hm 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 aber dann sind wir ja schon fast fast so weit durch wenn wir den Ein- und Ausgang fertig haben was wird jetzt so extrem in kleinen Schritten da gerade gehend was machen wir so lange ähm ich würde sagen das brauchen wir sowieso noch mal ein bisschen gucken gehen euch ach Dings habe ich ja gar nicht euch könnte ich jetzt auch alle wieder ok das geht aber schnell hier ok die Pilze waren beim letzten mal noch nicht fertig die brauchen ein bisschen der braucht sowieso noch ich könnte doch mehr aussehen aber an Mais brauche ich gar nicht so viel ähm Mais Rezepte Cornseeds machen wir nur noch zwölf Rezepte haben wir auch zwölf da brauchten wir auch nicht so viel nochmal vier da machen wir auch zwölf von Kartoffeln kann man auch ein paar mehr aussehen da haben wir 16 oh so 16 von machen ähm hallo da können wir alle von machen Pilze äh da brauche ich Dirt 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 kriegen wir ja ganz schnell ach ne das war Leben die brauchen wir nicht ähm Pilze mushroom seeds 4 reicht hat man noch was Kaffeebohnen Rezepte äh ne brauchen wir eigentlich nicht warum hört sich denn das so komisch an das hat sich jetzt wirklich komisch an ach jetzt sind sie fertig danke so so dann die Pilze du sollst da hin du auch Kartoffeln können wir hier auch schon anfangen dann haben wir noch die die und Alu alle wäre wir uns schauen wir mal immer von vorne an ne drei Reihen haben wir noch dann passt der Mais auch noch hin und dann ist das ok reicht passt wackelt hat Luft richtig richtig so dann haben wir das Feld nochmal mal ans Telefon ne das ist äh Steam haha ist nicht das Titel hey was willst du denn da hi naja du sollst da nicht rein laufen ach hier war eine Wanderhorde hab da mir wieder alles weggemacht und nicht mal was mitgebracht und nicht mal auf mich gewartet nicht mal Bescheid gesagt ne gut ich mach die trotzdem nicht neu hier die haben wenigstens was mitgebracht weil äh sehe ich gar nicht ein das neu zu machen ähm wenn sie da durchkommen kommen sie da durch ist halt so gut ja wollt grad den Rest anwerfen dann mal auch immer gut überlegen was ich mit raus und mit rein nehmen weil der Weg ist länger geworden und äh Zement ja jetzt kann man wenigstens mal was rauslassen ha trotzdem müssen wir uns einschmelzen das kann weg da haben wir die mit röne die kann man da auch mit rein tun so ähm essen trinken tmix eins davon eins davon rest kurz vor der heutigen schade so und für die zuschauer in youtube hab die folge ein bisschen lang gemacht bis zur nächsten folge tschüss tschüss schau 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 Untertitelung des ZDF, 2020